Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einer neuen Folge in dem Reafer-Tagebuch. Es ist noch nicht lange her, dass ich das live gemacht habe, aber ich versuche wieder in den Rhythmus zu kommen. Und es steht auch einiges an und das wollte ich euch heute mitteilen. Bis gleich. Ja Leute, der Monat ist zu Ende und was soll ich sagen? Nach dem letzten Live, wo wir die Lichtmessung gemacht haben, war ich schon ziemlich erstaunt. Und seitdem ist auch noch einiges passiert. Ja, Fakt ist, ich habe ja die ICP machen lassen. Die blende ich euch mal kurz mit ein. Und zwar ist mein Nitratwert von charmanten 50 auf 100 hochgegangen. Und wie ihr im Hintergrund seht, das macht im Becken überhaupt nichts. Überhaupt kein Einfluss. Nicht wirklich. Natürlich habe ich jetzt natürlich die Problematik, das Ganze, ja ich sag mal, A zu lokalisieren. Und B, wie kriege ich das Nitrat wieder raus? Jetzt kamen schon viele, ich sag jetzt mal, Vorschläge, wie ich es machen kann. Aber ihr wisst, ich bin da jemand, der grundsätzlich, ja ich sag mal, den einfachsten Weg geht und jetzt nicht noch zusätzliche Technik einsetzen will. Also ich möchte es eigentlich so simpel wie möglich halten, aber manchmal geht es halt auch nicht. Fakt ist, Nitrat von 100 ist schon heftig. Und ich hatte ja auch gemerkt, dass ich, ja ich sag mal, Farbverluste hier und da bei den Korallen hatte. Und diese Farbverluste habe ich dann mit einer geringen Stickstoffmenge oder Stickstoffzugabe vom Nutrion N wieder in Gang gekriegt. Gleichzeitig oder fast gleichzeitig bin ich natürlich auch auf Ursachenforschung gegangen und habe die gesamten Schwämme, die ich im Becken habe, bis auf ein oder zwei vielleicht im Wirbelbettfilter entfernt, rausgeholt. Weil ich hatte in den Cups, hatte ich unten ja so kleine Schwämmchen drin. Und die habe ich rausgeholt. Und ja, das war vor der ersten ICP, wo ich mit 50 Milligramm zu Buche geschlagen bin. Wo ich gedacht habe, oh, aber das ging weiter. Und die Stickstoffzugabe, die ich jetzt gemacht habe, das waren tatsächlich 4 Milliliter von dem Nutrion N, von ATI, ist jetzt nicht der Grund dafür, dass mein Wert von 50 auf 100 gestiegen ist. Das ist von der Mengentechnik überhaupt nicht möglich. Zudem ist das Material, was ich eingesetzt habe, bioverfügbarer Stickstoff. Das heißt, das ist Stickstoff, der von meinen Korallen definitiv besser aufgenommen werden kann, als, ich sag jetzt mal, andere Stickstoffarten. Das heißt, wenn ich den gebe, freuen sich die Korallen. Man sieht es ja auch im Hintergrund, die Specifera zum Beispiel, blende ich auch nochmal separat ein, ist definitiv besser geworden von der Optik her, von der Farbe her. Sie ist kräftiger geworden und das hat geholfen. Gut, jetzt kam der ein oder andere um die Ecke und meinte, Ja, du hast ja jetzt auch die Stellen, wo das umgesetzt wurde, rausgeholt. Ja, falsch, eben nicht. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wohl nicht. Aber, wo wurde es dann noch weiter umgesetzt? Ja, bis ich dann auf meinen Schacht gestoßen bin. Und der Schacht, ja, wann habe ich den das letzte Mal sauber gemacht? Ich glaube, vor einem Jahr, als ich das Becken resettet habe. Da war unten eine so dicke Mulmschicht drin, die natürlich dann immer wieder mit Nährstoffen versorgt wird, umsetzt, dementsprechend sieht es momentan schon sehr viel besser aus. Wie habe ich das da hinten rausgekriegt? Ich habe ja hier von Eden diesen Mulmsauger. Den habe ich fünf, sechs Mal reinigen müssen, weil da unten so viel Dreck und Schmodder drin war, dass es auch schon verklumpt ist und nicht wirklich durchgezogen werden konnte. Und mal eben da unten im Schlauch reinhalten, ist nicht wirklich effektiv gewesen. Ja, Fakt ist, ich habe jetzt wieder einen gemessenen Nitratwert gemäß Salifertest. Das kommt jetzt noch dazu. Also ich teste jetzt ab sofort das Nitrat mit Salifertest, weil ich da nur noch, ich sage jetzt mal, eine grobe Einteilung brauche. Ich gehe nicht mehr in den Bereich rein, ich muss jetzt zwei Milligramm oder fünf Milligramm genau messen können, obwohl das bei dem ja auch geht. Aber das Nitrat interessiert mich tatsächlich im Moment überhaupt nicht. Was viel wichtiger ist, ist momentan mein Phosphat und das lag auch, ich sage es mal, geringfügig höher. Allerdings habe ich ja auch gesagt, ich habe den Absorber gewechselt. So, jetzt hatte ich den Effekt, nachdem ich den Absorber gewechselt habe, dass der natürlich einmal kräftig gezogen hat. Okay. Und danach hat sich das wieder etwas beruhigt. Mein Wert ist wieder nach oben gegangen, da wo ich ihn haben wollte, so zwischen 0,06 und 0,08, da ist eigentlich mein Wohlfühlbereich. Und dann habe ich dann so gedacht, okay, jetzt kannst du durchs Füttern und durch den Durchfluss beim Absorber beziehungsweise im Wirbelbettfilter kannst du regulieren, wie viel du dann dementsprechend rausholen möchtest und damit du einigermaßen im Lot bleibst. Ja, nachdem ich dann so viel rausgeholt habe, habe ich dann einen Gedankenfehler gemacht. Dieser Gedankenfehler war, dass ich von der vollen Leistung, Durchflussleistung, die ich bei dem Filter eingestellt hatte, die Durchflussleistung reduziert habe um die Hälfte und gesagt habe, jo, das müsste ja dementsprechend dann auch weniger rausgeholt werden, weil es geht ja weniger Wasser durch. Der Fehler an diesem Gedanken war falsch. Die Menge, die ich an der Absorber drin hatte, hatte jetzt dann mehr Zeit, sich mit dem Wasser zu beschäftigen. Und dementsprechend saß dann auch nach anderthalb oder zwei Tagen, kam ich nach Hause, hatte ich die Scheiben komplett weiß gehabt, also eine milchige Schicht drauf, Bakterienbelag. Ja, erster Blick ins Technikbecken. Ist meine UVC noch an? Ja, ist an. Zweiter Blick, wo ist der Auslauf hin? Den hat sich der Schlauch gelöst und ist nach hinten gefallen und somit ging direkt das bearbeitete Material nicht dahin, wo ich es sonst immer, also ich gehe ja hin und nehme es tatsächlich immer direkt über den Abschirmer ab. Also sprich, im Technikschacht selber, im Beruhigungsschacht, nehme ich das Wasser ab, bringe es durch die UVC und den Auslass habe ich dann theoretisch vor dem Abschirmer stehen. Hatte ich nicht. So, das war ein Grund. Der zweite Grund, gemäß meinem Phosphat-Test von Red Sea, hatte ich eine Phosphat-Limitierung auf Null. Also ich war definitiv blank. Ja. Fakt ist, das kann man relativ schnell wieder beheben, weil ich es ja auch schnell angehoben habe und schnell wieder runter. Ist nicht wirklich gut für die Korallen, weiß ich. Ähm, ich bin dann hingegangen und habe dann folgendermaßen gearbeitet. Ich bin, ähm, habe den Wirbelbettfilter ausgeschaltet und wieder mein, ähm, ja, mein Futter, ich sag mal, an diesem Abend dreckig reingepackt. Oliver wird wahrscheinlich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlappen, um Gottes Willen, was packst du alles da rein? Äh, werden wir in der nächsten ICP sehen. Äh, aber, ähm, das hat erstmal geholfen, dass ich meinen Phosphat-Wert wieder auf einen Wert von 0,04 anheben konnte. Tatsächlich. Ich habe am nächsten Morgen gemessen, Phosphat war wieder auf 0,04. Also erstmal wieder in einem brauchbaren Bereich. Ja, nachdem sich das dann alles wieder so einigermaßen stabilisiert hat, ähm, muss ich sagen, es ist tatsächlich nicht wirklich so einfach, dann mal eben, ich sag, ja, ich sag mal, den Absorber zu wechseln, weil unterschiedliche Absorber haben unterschiedliche Eigenschaften, haben wir jetzt gemerkt, hab ich jetzt gemerkt. Und, ähm, ja, Fakt ist, es hat sich jetzt wieder gefangen und, äh, ich habe eigentlich so gut wie keine Verluste gehabt. Ich habe hinten, äh, die blaue auf der Seite, die hat unten ein bisschen, äh, an Gewebe verloren. Ich habe sonst nichts weiter wirklich kaputt gehabt, also, ähm, wahrscheinlich kommen die Akrus nochmal kurz, äh, nach 4, 5, 6, 7, 8 Tagen um die Ecke und sagen, okay, hat uns nicht gefallen. Ähm, ihr wisst, Akrus haben ein Gedächtnis, bei denen dauert das verzögert, aber die gesamten anderen Korallen, denen geht's gut und ist auch nichts wirklich eingegangen mit diesem Peak, beziehungsweise mit diesem, äh, einmal nach unten Fallen des, äh, Phosphatwertes. Im Gegensatz dazu habe ich tatsächlich, blende ich euch auch nochmal kurz ein, einen sehr schönen, stabilen KH-Wert mittlerweile, weil, nachdem ich das wieder in den Griff gekriegt habe, haben meine Korallen auch schön gleichmäßig wieder, ähm, gezogen. Fakt ist, nach dem, äh, letzten Video, nach dem Live, bin ich hingegangen und habe die Lichtstärke nochmal weiter runtergenommen und das habe ich direkt auch im KH-Verbrauch gemerkt. Also, theoretisch hätten meine Korallen das Licht, so wie ich es hatte, verbrauchen, äh, ja, umsetzen können, tatsächlich, weil sie es gewohnt waren über lange Zeit, aber, ähm, es ist auch, ich sag's mal, nach Adam Ries und Eva Zwerg, was man halt so im Netz findet, äh, tatsächlich zu viel. 5-600 Paar, beziehungsweise 700 Paar an der Wasseroberfläche, beziehungsweise, ähm, an den ersten Korallen ist so, so ungefähr das Maximum, was die kriegen sollten und da lag ich ja hier und da teilweise richtig drüber. Fakt ist, ich habe es tatsächlich in meinem KH-Verbrauch gemerkt, die, ähm, Werte sind, also das, was ich jetzt tatsächlich zugebe, ich glaube, ich liege momentan bei 50 Milliliter am Tag von den Essentials Plus und, ähm, das passt dann auch soweit. Ich hab's jetzt wirklich, wie gesagt, wieder einigermaßen glatt gekriegt und es schwankt maximal 0,2, ähm, also zwischen, äh, 7,38, äh, um den Dreh rum bis hoch zu einer 7,58 ungefähr. Also, ne, ein Bereich, wo ich sehr, sehr gut mitleben kann, also meckern auf hohem Niveau. Ja, was auch passiert ist, ähm, meine Fungia, die ich rechts im, äh, für euch rechts im Bild hinten in der, in dieser Schale liegen habe, meine Nachzuchtfungia fängt langsam an, ihre Babys abzuwerfen, ähm, hab eins gefunden, auch direkt, äh, auffangen können und in, äh, kleinen Auffangbehälter reingepackt, dass sie nicht weggetragen werden, weil die sind wirklich, das Skelett ist so groß und, ähm, die pumpen sich bis auf so viel auf, dass es echt krass, äh, wieder der Unterschied ist. Könnt ihr jetzt mal im Bild sehen, blende ich euch eben mit ein und es ist echt Wahnsinn, wie das dann Teil wirklich aus diesem Toten, aus diesem Totenskelett neues Leben entsteht, das finde ich echt faszinierend. Ähm, ihr selber seht, die andere Fungia von mir, blende ich euch auch mal eben kurz ein, die steht eigentlich recht gut und, ähm, ja, ich hab so ein kleines bisschen auch noch im Becken aufgeräumt, äh, beziehungsweise, zurückgeschnitten, aus dem einfachen Grund in meiner Euphilia-Ecke, äh, ich glaub, da war's. Die, klar, Breskens, äh, die Neongrüne hinten, ähm, die ist mittlerweile recht groß geworden und hat mir meine Endsmann von unten so dermaßen vernesselt und kaputt gemacht, äh, dass ich gesagt hab, okay, jetzt muss sie da an der Stelle weg. Ich hab dann, bin konsequent hingegangen, seht ihr im Bild hinten, ähm, ähm, hab nur noch ein Stück da jetzt übergelassen, den Rest steht oben auf der Ablegerbank oder das Stück, was halt fast kaputt war, ähm, dient jetzt als, ähm, ja, Riffast unten, äh, in der Ecke, wo dann meine, ähm, Mega-Palis draufstehen. Und, ja, jetzt hab ich da an der Stelle ein bisschen mehr Platz und ich hab auch jetzt endlich dann, ähm, vom Sven, beziehungsweise von seiner Schwester, ähm, eine Golden Torch gekriegt, eine Nachzucht, ja, also seine Schwester hat, äh, so einen Ball da stehen, das ist echt Wahnsinn. Und sie hat sich mittlerweile auch in der Farbe gefangen, blende ich nachher auch nochmal kurz mit ein, ähm, unter anderem auch mit, äh, Filteraufnahme, dann kommt das Ganze ein bisschen besser rüber. Sie ist noch nicht voll durchgefärbt, aber definitiv auf dem, äh, Weg dahin. Ja, alles in allem sieht's ein bisschen luftiger aus und, ähm, ja, ich würde eigentlich schon fast sagen, dass wir mit der Sache hier durch sind. Es gibt aber noch eine Ankündigung. Ja, und zwar ist da dran Schuld, ähm, an dieser Ankündigung, der... Robert. Genau, Robert Bauer von Anker und mehr. Du bist schuld. Du hast ein Becken vorgestellt, einen wunderschönen Shallow-Tank hier von Waterbox. Und, ähm, ja, ich habe mich verliebt, meine Frau hat sich drin verliebt. Und mein Konto sagt, okay, ähm, ihr wisst, was kommt oder was demnächst kommen wird. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, mir tatsächlich in eine Waterbox zu holen, aber es wird ein anderes Aquarium werden. Es wird ein individuelles werden. Mehr werde ich jetzt dazu noch nicht verraten, außer vielleicht die Maße. Also Fakt ist, der Reefer hinter mir ist ein sehr, sehr geiles Becken. Er ist jetzt drei Jahre alt. Aber ich habe grundsätzlich immer die Problematik, wie es auch in dem Video von Robert, ähm, hier und da gesagt wird, ich sehe gerne von oben in mein Becken rein. So, jetzt habe ich den Reefer hier stehen, der knapp, ähm, Höhe, blende ich euch nochmal mit ein, ist... Da kann ich sauber reingucken, aber meine Frau ist, äh, ein Kopf kürzer. Das geht halt nicht so, ja. Man kann nicht so schön von oben reingucken in diesen Reefer und, ähm, von daher wird die Ära des Reefers, äh, in fünf bis sechs Wochen wahrscheinlich zu Ende gehen. Das heißt, wir drehen vielleicht noch einen Teil zum Tagebuch, einen Abschlussteil. Und, ähm, dann kommt ein erneuter Umzug in einen Shallow Reeve. Das Ganze wird 1,80 Meter lang, um die 70 Zentimeter tief und 45 Zentimeter hoch. So, wer das jetzt vergleicht, es ist nicht das Waterbox, sondern, wie gesagt, es wird ein individuelles Becken. Und, ähm, da werde ich mich ein kleines bisschen austoben. Von der Optik her, von der, von der Neugestaltung her, wir haben da gewisse Ideen, die wir umsetzen wollen. Und, mal gucken, ob das auch so funktioniert. Aber Fakt ist, es wird ein richtig geiles Projekt. Und, ähm, wie gesagt, der Reefer dahinter mir, der steht auch ab sofort, äh, ich sag es mal, zur Disposition. Und kann natürlich dann, wenn ich mein neues Aquarium bekomme, am gleichen Tag, äh, von euch abgeholt werden oder von einem abgeholt werden. Nehmt gerne Kontakt mit mir auf, äh, realistisches Angebot kann gerne gemacht werden. Also, es geht sich nur um das nackte Glasbecken, Schrank, Unterschrank, äh, Technikbecken und gegebenenfalls die Lampe. Weil Licht kommt auch in nächster Zeit was Neues. Ähm, werde ich aber noch die Füße zu stillhalten. Aber ihr erfahrt es definitiv, wenn ich das neue Licht bekomme. Jetzt werden einige sagen, ja, aber du hast doch gerade das Neue gestartet. Ja, ich habe tatsächlich gerade vor einem Jahr, es ist tatsächlich schon ein ganzes Jahr her, dass ich das Becken mit dem Epo-Reef neu gestartet habe. Und ich vermute auch mal, dass wenn ich das Becken umziehen werde, dass ich definitiv Steine überhaben werde. Weil ich ja nicht mehr so hoch bauen muss, sondern eher, ich sag jetzt mal, schön flach, damit meine Akkus da oben, äh, Platz haben. Und ich kann euch sagen, dass das neue Licht, was ich kriegen werde, da kann ich auch richtig schön mit, äh, spielen. Weil ihr wisst es, ähm, dass man jetzt mittlerweile hier und da, ich sag mal, unterschiedliche Lichtstärken in unterschiedlichen Bereichen, ähm, einstellen kann. Und genau das ist das, wo ich hin will. Aber, ja, ich lasse die Spannung ein kleines bisschen hier im Raum stehen. Einige wissen schon, worum es sich handelt, bitte haltet es für euch. Und, ähm, von daher würde ich sagen, ich habe euch noch ein paar schöne Bilder um die Ohren. Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Anregungen oder Ähnliches habt, schreibt es runter in die Kommentare. Ich antworte da gerne, ihr wisst das. Und, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bleibt mir treu, es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Euer Weiber. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.